Ich schätze einmal ganz offiziell, ich bin Thomas Rangwerke, wir freuen uns, dass du, ja, das ist eigentlich schon die zweite Ausstellung in den Räumen. Die erste war im Kulturhauptstadtjahr, und zwar, das war so mit Mittelpunkt, Königs aus der anderen, ja. 2010, ne, weil wir hatten, ja. Wir hatten ja Punkt zu diesem Projekt, Königs West. Ja, und jetzt grenzt es ja schon fast an so eine kleine Retrospektive, weil es geht halt durch viele, viele Jahre. Also eigentlich, fast bis jetzt, ne? Ja, ganz ein Teil, ja, ja. Neue Arbeiten sind auch schon wieder, und, ja, wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Jetzt ist es natürlich auch, hat Populenz in der Regel so in der einen oder anderen Welt, aber dazu kannst du ja dann auch noch was sagen, obwohl wir können von unserer Seite sagen, dass wir von hinter dir stehen. Und.